Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines Karolinenburg. Und in der letzten Folge hatten wir angefangen die Altstadt zu bauen und in dieser Folge möchte ich gerne weiterbauen bzw. versuchen die Probleme die jetzt bereits entstanden sind ein wenig in den Griff zu bekommen, dass wir dann ungestört weiter bauen können. Viel Spaß! Okay, ganz unverschämt wurde hier einfach ein Haus gebaut. Mir ist vorhin aufgefallen, dass hier ein kleines Problem entstanden ist. Okay, ganz unverschämt. Okay, ganz unverschämt. Okay. Okay, ganz unverschämt. Okay, ganz unverschämt. Meine Nachbarn fangen gerade an, ein Bild auf der Wand anzuhängen scheinbar. Ich hoffe, das stört nicht dieses Klopfgeräusch bei der Aufnahme. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Mit dir habe ich später auch was vor. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Ich hoffe, das ist ein Bild auf der Wand anzuhängen. Wenn mir Ideen einfallen, dann mache ich sie sofort, weil sonst vergesse ich sie nachher wieder. Und mir ist gerade eine Idee gekommen, die euch vielleicht gefallen könnte. Und dann mal wieder. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020